Modernes Banking mit der Fototan-App Mit der neuen Fototan-App mit Push-Funktion wird Ihr Online-Banking noch schneller und komfortabler. Sie laden sich die Fototan-App auf Ihr Smartphone und geben einmalig Ihre Digital Banking-Zugangsdaten ein, um die App zu aktivieren. Wir senden Ihnen dann immer eine Benachrichtigung auf Ihr Smartphone, wenn ein neuer Auftrag zur Freigabe vorliegt. So erledigen Sie zum Beispiel Überweisungen mit nur einem Klick. Sie brauchen die TAN dann nicht mehr abzutippen. Und wenn Ihr Smartphone mal offline sein sollte, nutzen Sie einfach die Scan-Funktion der Fototan-App. Noch kein Digital Banking der Commerzbank? Dann aktivieren Sie jetzt Ihren Zugang und Ihr TAN-Verfahren unter www.commerzbank.de, telefonisch oder in Ihrer Filiale. Mit der Fototan-App bietet die Commerzbank Ihr modernstes Sicherheitsverfahren für Online-Banking. Kostenlos und PSD2-sicher.